Hallöcher Leute, ich heiße euch wieder mal Willkommen zurück zu einem Super Mega Random Flash Game. Dieses Mal mit dem Arschlauten Chainsaw Slasher. Ich habe keine Ahnung, was uns in diesem Spiel erwartet, aber ich habe einfach mal nach den populärsten Spielen geschaut und da kam das dann eben raus. Joa, deswegen einfach mal Play. Äh, normal. Konti, okay, ja. Naja, kriege ich, kriege ich hin, kriege ich alles selber. Ah, okay, ich laufe hier rum und dann muss ich die Viecher zerschroten. Stirb. Ah, geh weg. Okay. Okay, Würfel, Würfel der Macht, bring mir Macht. Meine Güte, es ist so scheiße laut, dass mein Browser gleich mal hängen bleibt. Yay, Wave Complete, hurra. Und ich suche gerade meinen Lautstärke-Regulierungsteil. Dann mache ich erst mal fünf Nummern leiser. Das könnt ihr mir aber glauben. Okay, es klingt wieder nach so etwas Ähnlichem wie Musik. Wunderschön, continue. Rüstung, kann ich die auch... Okay. Ach, das ist mir zu aufrüsten, das ist cool. Ähm, 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 continue. Okay, ich bin schon aber sehr gespannt, was uns in diesem Spiel noch so erwarten wird. Und ich meine, ich habe eine Kettensäge. Das ist schon mal ziemlich cool. Nimm dies. Jetzt, ihr nehmt dies. Irgendwie vermisse ich aber ein paar Sound-Effekte, muss ich ehrlich gestehen. Was macht das? Double Damage. Wow, 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 wow. Komm mal her, du Blockmonster. Du stirbst jetzt mit meinem Double Damage. Denn ich habe eine Kettensäge. Und du nicht. Yeah. Ja, du kommst auch noch her. Du, kleiner Blob, du. Sind das Zombies? Ich weiß es nicht, aber sie sterben. Oh. Ein Würfelchen. Double Damage. Wunderschön. Welle geschafft. Welle geschafft. Wuhu. Shotgun. Cool. Cool, 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 cool. Wie nutze ich die dann? Very powerful. Okay, ich bin gespannt. Wahrscheinlich mit der linken Maustaste, würde ich mal behaupten. Boom. Ne. Hä? Fuck, nicht. Rechtsklick. Leertaste vielleicht? Äh, wie benutze ich die Pumpgun? Fuck. Keine Ahnung. Ähm, vielleicht hätte ich das irgendwie mal nachschauen sollen. Mit WASD? Nein, auch nicht. Leertaste? Nein, hatte ich ja schon. Äh, ich weiß nicht, wie ich die Pumpgun verwende. Wie benutze ich die Pumpgun, mein Freund? Es müsste doch irgendwo rum, äh, dran stehen. Na egal, also ich krieg das hin. Glaubt an mich. Ich schaffe das auch so. Bin ich aber an den Kettensäge. Ja, ja. Hab ich schon erwähnt, aber das kann ich oft genug sagen. Kettensäge sind ziemlich cool. Und ich muss auch sagen, von der Grafik her ist es auch ziemlich ordentlich für ein Flashgame. Ich mein, es sind 3D-Objekte und so eine Scheiße. Und alles so. Polygone. Hey, 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 hey. Und ich hab gleich voll verloren. Hey, 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 hey. Hey, 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 es werden ja immer mehr. Geht weg. Lass mich in Ruhe. Ich bin tot. Verdammt. You died. Wie benutze ich das denn? Moment mal, lass mich mal da runter scrollen. Okay. Okay, 1, 2, 3, 4. Alles klar. Continue. Ah. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Mit der 3 feuer ich die Pumpgun ab. Okay, jetzt kann nichts mehr schief gehen, Leute. Jetzt werden Zombies zerschnetzelt. Aber sowas von. Das glaubt ihr gar nicht, wie die zerschnetzelt werden. Bam. Fuck, die muss ja erst aufladen, die Pumpgun. Alter, warum machst du so viel Schaden, du kleiner Scheißhaufen? Das gefällt mir mal so überhaupt nicht. Warum erinnert mich die Viecher irgendwie an einen Creeper? Das gefällt mir nicht. Will nicht an Minecraft denken. Dafür hab ich dieses Spiel nicht gestartet. Fuck. Okay, jetzt stirb bitte. Warum krieg ich denn kein Power ab? Das wäre unglaublich super, wenn ich eins bekommen würde. Na egal, die Zombies sind jetzt noch in überschaubarer Anzahl. Waren sie zumindest bis gerade eben? Jetzt eher so nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob es Zombies sind. Fuck, ich muss jetzt weglaufen. Ich brauch meine Pumpgun. Pumpgun. Pumpgun, bitte. Lade dich voll. Ich möchte dich jetzt benutzen. Ach, du Scheiße. Es sind zu viele. Okay. Okay, Leute. Bam. Alter. Das war krass. Das war schön. Shield. Das gefällt mir. Und jetzt ploppen wir von all die Power Ups auf, wo sie mir nichts mehr bringt. Hurra. Soldier. Geil. Ich kann einen Soldaten holen und einen Medikit. Habe ich jetzt einen Soldaten immer dabei? Scheint auf jeden Fall ziemlich cool zu sein, das Spiel. Soldat? Wo ist mein Soldat? Soldat! Ich sehe keinen. Hä? Was war denn das denn für ein Upgrade, wenn ich das gar nicht benutzen kann? Kapiere ich nicht. Egal. Jetzt habe ich auf jeden Fall eine Pump... Alter! Was bist du für ein kleines Monster? Nee, wo ist denn der Typ? Wollen wir die upgraden? Ja, ich kann es doch ja upgraden. Verdammt. Chainsaw, Upgrade. Nächstes kostet 300. Upgrade. 500 habe ich nicht. Rüstung, Upgrade. Pumpgun, Upgrade. Medikit, auch mal Upgrade. Okay, Leute. Ich glaube, ich verstehe das Spiel langsam. Und es gefällt mir langsam. Und es wieder mit zu upgraden. Und das, wie ihr vielleicht wisst, ist sehr schön und gefällt mir sehr gut. Medikit, ja, Regeneration, wundersch... Du kleiner Drecksack. Ihr schnellen Drecksäcke, ihr seid die Schlimmsten von allen. Nee, ich hasse euch so sehr. Das kann ich gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich euch hasse. Okay, und jetzt BAM! Oh, shit! Der kleine Drecksack. Der kleine, kleine Drecksack. Ist einfach zu stark für mich. Okay, jetzt aber. Jetzt nochmal. Jetzt schaffe ich es aber. Okay, stirb. Hier kommt er auch her. Ihr sterbt jetzt bitte. Danke. Oh, die kleinen, schnellen sind echt tückisch. Die darf ich also nicht aus den Augen verlieren, wenn einmal einer da ist. Und da ist einer. Da sind zwei. Hurra! Da! So viele Gegner! Du meine Güte! Was soll ich denn dagegen machen? Ich glaube, das ist fast am sinnvollsten, wenn man einfach stehen bleibt. Okay, stirb. Stirb. Explosion. Hat mir jetzt nicht so viel gebracht, wie er hofft, aber okay. Ah! Kleiner, schneller, Drecksack. Komm her, du kleiner, schneller, Drecksack. Du stirbst. Ah! Ah! Kleiner, schneller, Drecksack. Ich hasse dich! Stirb bitte. Medikit! Okay, 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 okay. Ich glaube, ich komme langsam irgendwie fast rein in das Spiel. Das wäre zumindest wünschenswert. Wuhu, Welle geschafft. Chaos! Okay, ein Powerful Shoot. Gut. Rechnen, hinhauen. Shotgun. Ne, ich möchte mal den ausprobieren. 680. Chainsaw Upgrade. Yeah! Okay, ihr sollt jetzt eine relativ kraftvolle Kettensäge haben, oder? Ja, die scheint schon ein bisschen Damage zu machen. Du, kleiner Drecksack, komm her. Da. Da, so viele Gegner. So viele Gegner. Da. Da. Oh, oh, der ist cool. Auch wenn ich da nicht wirklich viel Unterschied zur Pumpkin entdecken konnte, aber der ist cool. Okay, und ihr sterbt jetzt alle? Ja, lauft alle meine Kettensäge. Die ist voll hochgelevelt. Da könnt ihr nichts gegen machen. Na, so sieht's mal aus. Und meine Güte, das Zeug bringt scheiß viel Kohle inzwischen. Du stirbst. Wunderschön. Stärkt jetzt alle. Ihr alle. Das sind zu viele. Es wird sowas von schief gehen. Aber solange ich die Kleinen im Auge behalte und töte, kann eigentlich nicht so viel schief gehen. Ah, oh, oh. Das war nett. Okay, ihr umringt mich nicht, weil ihr zu schwach seid. Ihr seid einfach nur Kanonenfutter. Das möchte ich haben. Double Damage. Wunderschön. Wunderschön. Komm her. Komm her. Du Grünling, du. Und du auch. Und du sowieso. Ich mag das Spiel. Es macht Spaß. Halten Part weg. Dann denke ich auch gleich, dann werden, nach dieser Weile werde ich noch ein bisschen upgraden. Und dann werde ich mich heilen. Und dann werden die kleinen Dreckssäcke sterben. Meine Fresse. Ach du meine Fresse. Ach du meine Fresse. Stirb. Naja, so viel Unterschied sehe ich nicht. Aber das ist immerhin etwas. Auch wenn Soundeffekte wirklich eine schöne Sache wären. Aber es ist schon cool, dass das Spiel überhaupt irgendwie zum Laufen gebracht wird über den Browser, über Flash und so. Das ist doch auch schon mal was. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Geht weg. Ey, die Pumpkin ist doch nicht so toll, wie ich dachte. Aber mein Schaden ist dafür umso toller. Komm schon. Geld. Ne, Double Speed. Wieso Geld? Ne. Wieso sollte da Geld rumliegen? Das wäre der Schwachsinn. Geld kriege ich von den Gegnern, wenn ich sie töte. Du bist der Explosion. Okay. Du kleiner. Aber sprich nicht. Und die Staubsauger sterbt jetzt. Das ist ein Staubsauger. Habe ich jetzt gerade beschlossen. Noch mehr Upgrades. Noch mehr Upgrades. Ja, sehr schön. Okay. Dann stirbt du blauer Staubsauger Vertreter, Mann. Shield. Stirb. Stirb. Ich steuere das übrigens alles mit der Maus, falls man es nicht sehen sollte. Aber ich denke, sollte man sehen. Ich frage mich, wann die Welle jetzt mal geschafft ist. Das wäre echt ganz cool mal zur Abwechslung. Mal wieder was zu schaffen. Ja. Ja. Okay. Leben. Wunder, wunderschön. Wunderschön, habe ich gesagt. Wunderschön. Okay. Sterbt der jetzt bitte? Überall Blut. Wunderschön. Ich mag Blut. Blut ist eine schöne Sache. Und tot. Ja. Welle komplett. Continue. Booster, Fighter, alles klar. Okay. Booster. Extra Energy und das andere ist keine Ahnung wohin. Na ja, als nächstes würde ich dann das Upgraden und das hier. Und dann habe ich noch 600. Und dann das hier. Dann hätte ich eh kein Geld mehr. Aber Leute, ich würde mal sagen, es reicht auch für ein random Part. Das ist ein ganz nettes Spiel. Kann man mal spielen. Chainsaw Slasher, schön. Und Tschüss.